Ich liebe Eisenach zutiefst, weil es eine ganz besondere Stadt ist, weil Eisenach einen ganz sensationellen Dreiklang hat aus Industrie, industrieller Stärke, Kultur und Natur. Das ist was, wo ich auch glaube, dass das die Zukunftsfähigkeit der Stadt ausmacht. Das Tor zur Stadt ist die größte private Investition, die wir hier in Eisenach seit vielen Jahren und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre haben werden. Und es ist natürlich eine Investition, die die Stadt prägen wird.